Was für Utility hat der OMI Token und was ist denn überhaupt der OMI Token und wozu dient er und wer steckt dahinter, das werden wir heute einmal klären. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was den Token angeht, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, denn so verfasst du definitiv keine News zum Token. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Das Dach über Ecomi ist Orbis Blockchain Technologies Limited, gegründet im Jahre 2017 von dem CEO David Yu. Anschließend wurde auch das Unternehmen Ecomi gegründet mit dem OMI Token, welches in Singapur 2017 gegründet wurde, auch wieder vom CEO David Yu. Das übergeordnete Ziel des gesamten OMI Tokens, welches ein Produkt von der Firma Ecomi ist, ist es hier in die Vivi App einzubinden. Die Vivi App ist ein lizenzierter Marktplatz für Premium Digital Collectibles oder auch NFTs genannt. Dort ist das Ziel, den Token in Bezahlvorgänge mit einzubinden oder auch in Staking Möglichkeiten. Das heißt, dass man Tokens in der App staken kann, um Vorteile dann in der App zu bekommen. Keine Belohnungen, sondern Vorteile. Der Token selbst soll außerdem, wie gerade eben schon erwähnt, für Bezahlvorgänge verwendet werden. Wie zum Beispiel ein NFT auf dem Marktplatz kaufen oder auch zu verkaufen in OMI Token, um den Token an dieser Stelle hier mit den aktuellen Gems, die in der App existieren, zu ersetzen. Um nicht allzu sehr hier abzudriften auf den Vivi Marktplatz, möchte ich dir auf jeden Fall hier an dieser Stelle ein Video empfehlen. Ich habe nämlich gleich nochmal hier nicht nur zum OMI Token eine Kurzfassung gemacht zu dem ganzen Thema, sondern auch gleichzeitig nochmal für die Vivi App. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, dann schau das hier auf jeden Fall unter dem i einmal an. Ich versuche das Ganze zeitnah hochzuladen, dass du das dann hier auch wirklich findest. Ansonsten, wenn du das ein paar Monate später erst schaust, dann wirst du es wahrscheinlich hier unter dem i finden. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir weiter im Video. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal die Tokenomics des gesamten Tokens an. Insgesamt existieren 750 Milliarden Token. Das ist eine ziemlich große Zahl, aber jedoch sind hier einige Tokens schon aus dem Weg geräumt. Beispielsweise sind insgesamt 97,96 Milliarden Token tatsächlich permanent aus dem gesamten Supply gezogen und sind in Smart Contracts eingeschlossen. Anschließend haben wir insgesamt schon über 84 Milliarden Token permanent geburnt. Und durch den Verkauf von Vivi NFTs insgesamt hat nämlich die Vivi App selber schon wieder nochmal drei Wallets für den Omi Token. Nämlich einmal die Reserve Wallet, das Vault Wallet und die Burn Wallet. In der Burn Wallet selbst sind wie gesagt schon über 84 Milliarden Token. In der Reserve Wallet wie auch in dem Vault Wallet sind natürlich Omi Token eingeschlossen. Und diese sind damit auch nicht im Circulation Supply bzw. werden in den Circulation Supply niemals gelangen. Dementsprechend sind sie hier auch out of Circulation. Also sind momentan jedenfalls nur 311 Milliarden Token insgesamt aktiv im Circulation Supply. Das ist weniger als die Hälfte und wird permanent bzw. in Zukunft permanent dann auch geburnt. Und zum Beispiel über das Omi Utility Programm. Und wir haben gerade schon ein Wort angeschnitten und zwar nämlich das Wort UUP bzw. Omi Utility Programm. Was der Name hier schon offensichtlich verrät ist Utility für den Omi Token. Und ja, was haben wir denn bis jetzt überhaupt schon für Utility zu bieten bzw. was soll hier in Zukunft noch kommen? Das große Ziel, was am Anfang ja schon erwähnt wurde, ist hier auf jeden Fall den Omi Token langfristig auch als alternatives Zahlungsmittel in die App einzubinden. Man wird mit Krypto einzahlen können bzw. das ist zum momentanen Zeitpunkt tatsächlich auch schon in der Beta-Phase. Aber mit dem kann man dann nur einzahlen in die Währung Gems, die In-App-Währung. Mit den Omi Token kann man dann tatsächlich aber auch wirklich direkt ein NFT kaufen, was hier auf jeden Fall sehr attraktiv ist für den Omi Token selbst. Momentan haben wir tatsächlich aber nicht allzu viel Utility, die bis jetzt verfügbar ist. Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir tatsächlich nur das V-Mate Staking. Und V-Mate ist eine Plattform, die hier anbietet, deine VIVI-NFTs perfekt zu tracken, unter anderem auch noch MIN-Nummern und sehr viel mehr, da sie hier eine API besitzen, eine Schnittstelle zum Datenserver von VIVI und dementsprechend hier Daten abfangen bzw. auswerten können, die der normale User nicht bekommt. Und hier könnt ihr mit Omi Staking dann Premium Features freischalten. Also hier ist bis jetzt auf jeden Fall ein Utility Faktor schon gegeben. Ein weiterer Punkt ist hier bei dem Thema Utility auch noch Epico Regal. Das Ganze ist ein Spiel aus dem asiatischen bzw. aus dem indischen Raum und ist hier auf jeden Fall eine eher kleine Sache. Aber man kann tatsächlich hier auch zum Beispiel mit Omi Token sich NFTs kaufen. Das Ganze ist im Prinzip ein Web 3 Spiel, welches man sich downloaden kann. Und das ganze Spiel, wie gesagt, kann man hier auf jeden Fall auch mit dem Omi Token nutzen bzw. kann man hier an Events teilnehmen, womit dann auch ein Omi Token erstmal geburned wird oder man Omi Token unter anderem auch erhalten kann. Was eher nicht wirklich eine Utility ist, aber auf jeden Fall hier nützlich ist bzw. man nutzen kann, ist auch den Omi Token zum Beispiel auf Immutable X zu nutzen, um zum Beispiel Assets zu kaufen. Beispielsweise hier eine God of Unchained Karte kann man auch mit Omi Token kaufen. Ist jetzt kein großes Ding, ist aber eine Sache, die tatsächlich ziemlich wenig Leute wissen. Und das sind tatsächlich bis jetzt jedenfalls alle Utilities, die es gibt. Wir haben heute den 12. März, also bis zum jetzigen Stand, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es nicht allzu viel Utility, aber es ist auf jeden Fall einiges in Arbeit. Und wir haben hier an dieser Stelle einmal die Development Roadmap für zum Beispiel Omi Utility bzw. für das Omi Utility Programm. Und wir sehen hier zum Beispiel einmal Crypto to Gem bzw. Omi to Gem an dieser Stelle. Das heißt, dass man erstmal Omi to Gems machen kann, aber auch hier dann Omi to NFT, was wir hier einmal sehen, Peer to Peer, Omi to Tickets. Es wird ein Ticketsystem geben, womit du dann deine Wahrscheinlichkeit bei Jobs zum Beispiel erhöhen kannst. Du kannst Omi Token dann direkt in der App kaufen, du kannst Burn Rewards erhalten, Omi to Accessories. Das heißt, du kannst dir Accessoires zukaufen, die du dann wiederum im Vibibus nutzen kannst und sehr viel mehr. Also ja, Omi Staking wird zum Beispiel auch noch, dort wirst du dann unterschiedliche Vorteile bekommen. Also es wird auf jeden Fall noch einiges kommen und es ist auch einiges in Arbeit, aber es braucht halt einfach seine Zeit. Wenn du da draußen außerdem nochmal eigenständig mehr recherchieren möchtest, über den Omi Token nochmal mehr erfahren möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall nur das Omi Token Portal empfehlen. Das Ganze wurde selber von Ecomi ins Leben gerufen und beantwortet dir wahrscheinlich noch sehr viel mehr Fragen. Ich werde dir den Link zu der ganzen Webseite unten in die Videobeschreibung packen. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video und dieser kurzen Zusammenfassung. Ansonsten, wie schon eben erwähnt, ist das gesamte Projekt ein deflationäres Projekt, bzw. ein deflationärer Token, da er über Burns hier an der Stelle immer weiter verringert wird und immer mehr verbrannt wird über die Zeit und weniger im Circulation Supply. Das heißt, in dem Supply, der öffentlich zugänglich ist, wo man kaufen kann, weniger wird. Und das wird natürlich auch mit steigender Utility dann auch deutlich interessanter. Wenn dann auch die Nachfrage steigt und es weniger Angebot gibt, dann steigt halt einfach der Preis. Und das ist im Prinzip das Ziel bzw. das, was hier auf jeden Fall verfolgt wird. Hier so viele Omi-Token langfristig zu burnen wie möglich. Das wird zum jetzigen Zeitpunkt über Spiele zum Beispiel gemacht, die aus der Community selbst entwickelt wurden, womit dann Omi-Tokens gekauft werden und dann wiederum in eine Burn-Wallet geschickt werden, bzw. in eine Wallet, wo niemand einen Key hat, dass im Prinzip diese Tokens out of circulation sind und nie wieder erworben werden können. Es gibt aber zum Beispiel auch Partnerschaften, wie zum Beispiel mit Collective Shift, wo, wenn eine Partnerschaft abgeschlossen wird und man den Code ECOMI angibt, 30% von den Gebühren, die eingenommen werden, dann wiederum verbrannt werden in Omi-Token. Also hier wirklich teilweise sehr interessante Partnerschaften und Möglichkeiten langfristig definitiv den Omi-Token auch zu burnen und hier so viele Tokens aus dem Circulation Supply wie möglich zu holen. Es gibt außerdem Überlegungen bzw. auch Gedanken dazu, vom Team selbst hier Burn-Events stattfinden zu lassen, womit dann sozusagen wirklich eine große Anzahl von Omi-Token aus dem Circulation Supply geholt werden und dann zum Beispiel in die Wallet-Wallet bzw. die Reserve-Wallet geholt werden und damit auch out of circulation sind. Wenn du bis zum letzten Zeitpunkt auf jeden Fall schon Interesse gewonnen hast, dann kann ich dir auf jeden Fall hier diese Exchanges einmal vorstellen, wo du den Omi-Token momentan jedenfalls erwerben kannst. Es gibt momentan auf jeden Fall 8 Exchanges, wo du das Ganze holen kannst. Mein persönlicher Favorit ist an dieser Stelle BitForex. In der Videobeschreibung findest du auch einen Link, den ganz oberen, wo du 30% auch noch sparst und damit unterstützt du mich unter anderem und du bekommst auch einen kleinen Vorteil mit den 30%, die du sparst. Über meinen Raffle-Link findest du ganz unten in der Videobeschreibung. Ich bin persönlich immer recht zufrieden gewesen auf jeden Fall mit BitForex. Ich kann dir aber nur empfehlen, halte auf jeden Fall niemals Token langfristig hinfalls auf einen Exchange. Das mache ich genauso wenig und das machst du hoffentlich genauso wenig. Schauen wir uns aber auf jeden Fall die weiteren Exchanges an. Darunter ist zum Beispiel Ascendex, Gate.io, OKEx und zum Beispiel auch noch BitUbu und zum Beispiel auch noch Uniswap. Das sind alles Exchanges, die auf jeden Fall relativ in Ordnung sind. Ich persönlich handele auch noch mit OKEx und ganz, ganz selten mal auch mit Ascendex, aber das sind tatsächlich hier meine zwei Favoriten, einmal BitForex und OKEx, kann ich wirklich nur empfehlen an dieser Stelle. Ja, was sind so Preisziele bzw. mögliche Szenarien, wo der Token langfristig jedenfalls hingehen könnte oder auch Short-Term, das schauen wir uns an dieser Stelle einmal an. Zum momentanen Zeitpunkt befindet sich der Token bei 0,00087 US-Dollar, das heißt 3 Nullen und das All-Time-High war tatsächlich schon bei über einem Cent und das war zu einer Zeit, wo der Omi-Token sehr viel weniger Utility hatte und sehr viel weniger bekannt war, was überhaupt in Planung ist. Also das ist schon, glaube ich, sogar knapp zwei Jahre zum jetzigen Zeitpunkt her. Dementsprechend, das Sentiment hat sich eher ins Positive entwickelt. Schauen wir uns aber trotzdem an, was meine Prognosen hier langfristig sind. Wenn wirklich auch hier der Burn des Omi-Tokens weiterhin gut vonstatten gehen sollte, sollten wir zum Beispiel in drei bis vier Jahren wirklich dann nur noch in etwa 100 Milliarden Omi-Token im Circulation Supply haben oder weniger, dann sehe ich auf jeden Fall den Token hier schon ziemlich weit oben. Schauen wir uns aber, wie gesagt, die Preisziele einmal an. Short-Term sehe ich auf jeden Fall hier ein Potenzial von 0,002 bis 0,004, das heißt in etwa dann einen halben Cent und das sind auf jeden Fall Ziele, die auf jeden Fall erstmal so in den nächsten Monaten beziehungsweise in diesem Jahr auf jeden Fall erreicht werden könnten, wenn es auf jeden Fall natürlich mit der Wirtschaft nicht allzu sehr bergab gehen sollte. Ansonsten mittelfristig, das heißt in ein bis zwei Jahren, sehe ich den Token definitiv hier mindestens bei 0,01, also einem Cent bis vier Cent. Ansonsten sehe ich auf jeden Fall langfristig den Token, das heißt über vier bis sieben oder acht Jahre definitiv bei 50 Cent beziehungsweise einem Dollar tatsächlich. Wenn wir mit dem Omi-Burn wirklich so fortfahren sollten, unter anderem natürlich auch der Omi-Token einen sehr großen Nutzen bekommen sollte in der App selbst, dann sehe ich hier wie gesagt auf jeden Fall diese Preisziele definitiv für realistisch an. Nicht wissen, es ist ein großes Spekulations- und auch Risikoobjekt, welches man hier kauft, da muss man sich ganz ganz klar bewusst sein, das ist einfach sehr sehr high risk, aber mit Home-Risiko kommen halt auch einfach die hohen Gewinne, das ist dem glaube ich klar, der auf jeden Fall investiert und dementsprechend für mich persönlich ist das auf jeden Fall ein Token mit Potenzial und wenn dir da draußen das gesamte Video zu dem Omi-Token gefallen hat und diese kurze Zusammenfassung informativ für dich war, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like und lass mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie dir das ganze Video gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen-Mitag-Geraden, bis dahin dein Captain, ciao, ciao.